herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von rocket league ja wir sind in der letzten folge gold geworden mal sehen ob wir das halten können ich bin mir nicht ganz sicher weil in dieser folge muss ich eine kleine umstellung machen ich spiele jetzt nämlich mit einem anderen controller mein alter hat nicht mehr so ganz funktioniert von daher muss ich 9 nehmen und den bin ich natürlich nicht gewohnt von daher kann es sein dass damit vielleicht nicht so gut läuft naja let's go ich hatte eben in den trainings spielen casual hatte ich auch zwischendurch ein paar kleine lecks ich glaube das problem habe ich aber jetzt behoben hoffe ich zumindest nein oh mein gott nein das war knapp das war viel zu knapp holy shit geht nicht rein aber der wäre reingegangen oh shit ja schön 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 denkt rein naja das war nicht so gut da hat jetzt tatsächlich kurz doch wieder geleckt aber ich habe es trotzdem zum glück geschafft den ball abzuwehren schön schön au oh nein oh gott alter schön Nein! Ah! Ja, ist gut. Gehen beide? Ja! Schön! Das war richtig gut. Da kommt direkt der Konter. Das wäre noch nice gewesen, wenn das nur ein Tor geworden wäre. Aber naja. Okay. Das war schon ein bisschen besser. Das war schon ein Spiel, wo ich sagen würde, das war nicht schlecht. Waren jetzt vielleicht keine Glanzleistungen von mir, aber immerhin habe ich nicht absolut grotten schlecht gespielt. What the fuck war das? Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Das... Ja, keine Ahnung. Das hat mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Das war ganz weird. Das war ganz weird. Ja, schade. Ja, keine Chance. Da hätte ich nichts machen können. Ich kann dazu gar nichts sagen. Das war natürlich definitiv so geplant. Nein, war es natürlich nicht. Aber das war geil. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir nur noch zu zweit. Ja, großartig. Okay. Damn Das Spiel ist echt schlecht Aber ich habe ein paar sehr gute Tore Da drin gemacht Okay Aber noch bin ich Immer noch Gold Bisher ein Spiel gewonnen Zwei verlor Das muss besser werden Legacy, Alter Ist nicht gerade so auf unserer Seite Das Spiel, ne? Beziehungsweise es spielt sich sehr stark Auf unserer Seite des Spielfeldes ab Und das gefällt mir nicht so sehr Ja, nicht gut Schade Da ist er dazwischen gegangen Oh, zum Glück Hat er nicht getroffen, ey Zum Glück Oh mein Gott Und das fünf Sekunden vor Schluss, Alter Damit würde ich mal sagen Bin ich dann wahrscheinlich Wieder auf Silber 3 zurück Tatsächlich noch nicht Hm 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 Ja, das fängt ja schon gut an Ja Ja Ey, ganz ehrlich Das ist aber auch ein Pech Einfach Oh mein Gott, Alter Lol, was ist da passiert? Was? Was? What the fuck? Okay 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 Verdammt War eine gute Chance War eine gute Chance Ja, vorbei Ja, das war klar Damit bin ich wieder Down Und zu Silber 3 Okay Ich würde mal sagen Ich mag noch ein Spiel Aber heute bin ich wirklich Irgendwie nicht in Form Muss man sagen Und ich glaube Ich würde es auch nicht mal Wirklich darauf schieben Dass Ich halt mit dem Neuen Controller spiele Ich glaube Es ist wirklich einfach der Fakt Dass ich heute einfach Nicht gut spiele Ja Ich glaube Da habe ich ihn eigentlich Nicht mal so schlecht erwischt Aber Ja Da konnte ich nichts machen Schön Der ist drin, oder? Damn Sogar die vom Gegner-Team sagen Guter Schuss Oh shit Oh Das war gefährlich Schön Ölwechsel Schön Schade Das war knapp Nein Oh shit Den hätte ich haben müssen Puh Nein Ah Ich habe so viele Gute Aber in diesem Spiel Irgendwie Spiel ich deutlich besser Ich spiele gerade Deutlich besser Als vorhin Das auf jeden Fall Ja Verlängerung Das Wird nichts anderes Mehr werden Ja Schön Schade Hätte was werden können Ja Ja Schade Da habe ich ja zwar kackt Hätte ich rein machen können Aber nicht so schlimm Alle Zeit der Welt Okay Ölwechsel Den musst du haben Schön Schön Sehr gut Ölwechsel Ich sage so gerne seinen Namen Ich feiere einfach Ölwechsel Als Als Nickname So Ah bitter Aber es war stark In dem Spiel habe ich stark gespielt Muss man einfach mal so sagen Da waren ein paar sehr gute Plays von mir dabei Von daher habe ich jetzt Bock auf noch ein Spiel Oh mein Gott Der ist drin Ah Boah Der war echt lange Halb im Tor drin Hier da Ich versuche ihn raus zu kriegen Aber dann ist da Nillenweg Naja Gut Ich würde mal sagen Das reicht dann für diese Folge Nicht so gut gelaufen heute Ziemlich schwache Leistung auch von mir Ich bin wirklich enttäuscht von mir Hoffen wir mal Dass das nächstes Mal besser läuft Also Wenn ihr das sehen wollt Aber nicht den Kanal Bis dann Wenn ihr die Drei Und Drei Drei Drei